Herzlich willkommen zu einer neuen Trade-Analyse auf diesem Kanal. Ich will euch heute mal einen Trade vorstellen, der mir persönlich sehr viel beigebracht hat und ich bin mir sicher, der ein oder andere lernt was aus diesem Video. Dabei soll es heute besonders um das Thema mentale Flexibilität gehen. Wir befinden uns mal wieder im DAX. Viele von euch, die meine Analysen verfolgen, wissen ja, dass der DAX so eines meiner liebsten Instrumente ist und ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir noch so circa die 15.500 anlaufen zu diesem Zeitpunkt, weshalb ich etwas long voreingestellt war, sage ich mal. Was dann passiert ist, ist, dass wir an diesem EMA abgeprallt sind und ich dachte mir dann, cool, wenn der Markt ein bisschen zurückläuft, kann ich vielleicht noch einen Einstieg suchen und mich in Richtung der 500 positionieren. Das Ganze war dann auch ein bisschen so, dass wir, ja, so ein bisschen nach unten gekommen sind. Irgendwo 13.30 rum, das war auch wirklich nur als Scalping Trade gemeint, bin ich dann eingestiegen. Ich glaube, es war so in diesem Bereich, da haben wir hier so ein paar Dochte gebildet, in diesem Bereich gegriffen. Ich habe mir diese Zone markiert und angesehen und dann so festgestellt, ups, die Zone muss natürlich etwas höher. Dass es möglich wäre, dass wir uns hier dann so langsam nach oben verabschieden, der AD-Indikator kam zu dem Zeitpunkt schon ein Stück zurück, der RSI hat sich nach unten bewegt, keine Divergenzen, kein, ehrlicherweise einfach kein gutes Setup. Ich bin dann trotzdem eingestiegen und habe mir gedacht, naja, gut, dann bewegen wir uns vielleicht so langsam wieder nach oben mit der US-Eröffnung. Oftmals ist es so, dass so zwischen 14.00 und 15.30 meistens schon die ersten stärkeren Bewegungen einsetzen und ich wollte einfach früh dabei sein. Ja, man sieht hier natürlich, der Markt kam sehr schnell schon gegen mich und ich war aus dem Trade draußen. Ich glaube, ich hatte mir auch nur so einen Stop-Loss in die Richtung platziert. Das ist aber tatsächlich auch gar nicht der Trade, um den es gehen soll, sondern einen anderen. Worum es mir hier geht, ist mentale Flexibilität. Ich war voreingenommen in Richtung Long. Das heißt, ich habe mich umgesehen nach Long-Einstiegen und dachte mir, okay, wir laufen wahrscheinlich Richtung 500, weil ich den Markt ja so analysiert habe. Der Trade hier wurde nichts. Wir haben hier das Tiefere tief abgegrast und ich dachte, zu dem Zeitpunkt auch möglicherweise könnten wir wieder Long laufen, sind dann auch so ein bisschen nach oben gekommen, aber nichts mehr, wo ich noch irgendwie einen Trade platziert hätte oder ähnliches. Deshalb möchte ich auch gleich mal wieder auf die größere Zeiteinheit rauszoomen. Wir haben uns dann nach oben bewegt, am nächsten Tag direkt. Das war der 28. Und was hier passiert ist, ist eine Kerze mit einem unglaublich starken Docht nach oben. Das war natürlich morgens die Bewegung, die die Liquidität aus diesem Docht abgegriffen hat. Und da wurde ich so ein bisschen stutzig und dachte mir, hm, ich weiß ja nicht. Das gefällt mir nicht so, weil wenn der Markt richtig Long gehen wollen würde, weshalb greift er dann die Liquidität ab und knallt wieder nach unten. Für gewöhnlich ist das ja eher ein Szenario, dass man sagt, okay, wir laufen hier nochmal hoch, holen uns die Liquidität und dann geht es richtig abwärts. Dann kamen wir in Richtung der US-Eröffnung und die US-Eröffnung zeigte uns dann diese Kerze. Was ich gemacht habe, war mir parallel dazu, die US-Indizes anzusehen. Und da war insbesondere der US-30 für mich sehr prägnant. Ich versuche mal in diesem Chart auch noch an den Punkt zu springen, der für uns interessant sein müsste. Genau, das war hier. Auch im US-30 haben wir mit der 15-Uhr-Kerze das hier gesehen. Mit einer starken Rejection über diesem hoch, über diesem möglichen Stop-Loss-Cluster, das natürlich den Einstieg gebracht hat für viele. Und die nächste Kerze war extrem bearish. Das heißt, 16 Uhr standen wir ungefähr hier. Und da dachte ich mir, okay, Moment, wir sind hier in den US-Indizes an einem Hoch, haben die Liquidität abgegriffen, danach sogar noch so eine Art bearish engulfing gebildet. Das ist ein ganz, ganz starkes Reversal-Signal. Und auf H4 wird das richtig eindrucksvoll. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, okay, Moment, irgendwas passt hier nicht. Was ich dann gemacht habe, war einen Short-Trade platzieren. Ich habe meine ursprüngliche Position verworfen und mir gedacht, okay, wenn der Markt mir das zeigt, vor allem in Kombination mit den US-Indizes, ist das da hier für mich einfach so was von, da müssen alle Alarmglocken angehen. Und man muss einfach kapieren, okay, hier passiert definitiv was. Weil das ist einfach ein Statement, vor allem in Kombination dann noch mit einer bearishen Divergenz, dachte ich mir, okay, alles klar, let's go. Ich habe das Ganze dann nicht nur im DAX gemacht, sondern auch im US-30, den auch gleich mitgeshortet, weil das für mich wirklich ein A++-Setup ist. Im DAX das Ganze auch gemacht und mir dann gedacht, okay, ich versuche flexibel zu bleiben. Die 500 sind für mich da mit vom Tisch, weil wenn wir hier abprallen, wenn wir hier abprallen und dann das da hier als Resultat bilden, glaube ich nicht, dass wir hier drehen und wieder nach oben laufen. Einfach sehr unwahrscheinlich, vor allem, wenn uns die US-Indizes so Rückenwind geben. Was ich dann also gemacht habe, ist das Ganze in einen Swing-Trade verwandelt. Aufgrund dieses kleinen Stop-Losses die Positionsgröße natürlich auch entsprechend nach oben geschraubt, weil ich mit numerischen Werten arbeite, dass ich zum Beispiel sage, ein Trade soll mich immer 300 Euro maximal kosten. Und damit habe ich natürlich die Möglichkeit auf einen fetten Swing gehabt. Okay, wir wollen uns dann mal anschauen, wie der DAX so weitergelaufen ist und ich mag nur noch aufs Management eingehen. Er hat uns natürlich erstmal recht gegeben, ein ganzes Stück. Wir sind hier nach unten gelaufen, die Dynamik scheint so langsam abgenommen zu haben und das war wieder der Zeitpunkt, wo man überlegen muss, halte ich den über Nacht oder nicht. Ich habe mir natürlich parallel die US-Indizes angesehen. Da kam dann noch diese nette Kerze hier und mich dann dazu entschlossen, dass ich den Trade auf jeden Fall halten will, weil ich die Gefahr eines Gap-Downs sogar sehr hoch sehe. Einfach weil nichts davon für mich ein Reversal-Signal ist. Der AD-Indikator zieht auch brutal nach unten. Wir haben nur Short-Volumen gehabt. Für mich kein Grund, den Trade aus Angst zu schließen, weil wir ja auch mal richtige Winner haben wollen. Das Ganze ist dann auch ähnlich passiert. Wir sind in der Nacht so ein bisschen konsolidiert eigentlich nur, haben so dieses Level nochmal angetestet und dann ging es richtig dynamisch nach unten. Ich habe den Trade dann eigentlich nur noch gemonitort, hatte als Ziel fest im Kopf das Tief bei 400 noch was und mir gedacht, okay, ich begleite den Trade bis da unten. Ich ziehe das durch, ich halte die Position. Alles cool, was ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt, als wir hier so konsolidiert haben. Mein Stop-Loss auf Break-Even gezogen, weil ganz ehrlich, wenn der da nochmal hochkommt, dann ist ziemlich sicher, dass wir meinen Stop-Loss auch noch abholen. Und da möchte ich einfach nicht mehr drinstecken. Was wir dann gesehen haben, war so ein bisschen konsolidieren, allerdings auch hier auf 1 Stunde schon immer langsam tiefere Hochs gebildet. Das ist für mich nichts, was Bullish ist, sondern im Gegenteil eher Bearish. Ja, und dann sehen wir natürlich den Push hier nach unten. Wir haben hier Liquiditätsabgriffe immer wieder von oben gehabt, die zu weiterer Rejection geführt haben. Was aber natürlich auch irgendwo ein bisschen gefährlich ist, weil wenn dieses Level gebrochen wird, kann es natürlich auch schnell gehen. Wir sehen auch der AT-Indikator, der zieht massiv nach unten. Ich war zu dem Zeitpunkt allerdings immer noch so voreingestellt, dass ich mir dachte, nee, ich glaube, wir nehmen dieses Tief raus. Und das war ein bisschen engstirnig gedacht, weil ich hatte schon diesen Teil der Bewegung wirklich easy im Kasten. Aber ich wollte unbedingt in dieses neue Tief noch. Ich habe mich da auch ein bisschen von den Zahlen leiten lassen, weil man denkt dann natürlich, ja, hey, was für eine Zahl wäre das dann, was für ein Profit wäre das dann. Und man wird auch gierig. Was mir war bewusst, dass wir nochmal ein Retracement hinlegen können, weil ich insbesondere diese Zone hier als gefährlich ansehe, weil wir keinen Retest dahin gehabt haben. Und wir wissen ja, Retest ist dafür da, dass wir Ineffizienzen schließen können, bevor wir uns nach unten verabschieden. Ich dachte mir allerdings, ja, wir bewegen uns gerade so dynamisch nach unten. Wir haben das Tief-Relativ gebildet, aber wir sind ja noch nicht am Ziel. Ich habe den Trade also laufen lassen und dann kam hier deutliches Long-Volumen rein. Am 30. Juni, das müsste Donnerstag gewesen sein, genau. Ich dachte mir dann, naja, ist in Ordnung, ich habe das Ganze auf dem Schirm, wir können dieses Level anlaufen, bevor wir nach unten wegbrechen. Und wir haben hier konsolidiert, haben die Bewegung nach unten gesehen und ich dachte mir, jawohl, cool, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir in dem Level nochmal reagieren, so ein bisschen nach oben faken, bevor wir nach unten ziehen. Das war so mein Gedankliche, meine Einstellung zu dem Trade. Letztendlich ist es ein bisschen anders verlaufen und wir haben uns von hier wieder nach oben bewegt. Ich muss sagen, das war so ein Zeitpunkt, der mich emotional schon etwas in Anführungszeichen nervös gemacht hat. Jetzt nicht wahnsinnig, weil wir bewegen uns natürlich immer noch in der Range, wir sind in einem Abwärtstrend. Eine V-Erholung ist einfach sehr, sehr selten. In der Regel ist es mit Konsolidierung verbunden, aber wir haben hier schon massives Long-Volumen gehabt. Und das war was, was ich dann auf dem Schirm hatte und wo ich mir dachte, okay, es ist gefährlich, zumal wir noch diese Ineffizienz hier oben offen haben. Deshalb bin ich am Freitag dahergegangen und dachte mir, okay, wenn wir an diesem Bereich hier drehen, ich sehe es als wahrscheinlich, dass wir nochmal hier runterlaufen. Hier muss man sich allerdings ansehen, was passiert. Was ich also gemacht habe, war den Trade weiterverfolgt und wir sind etwas zu weit gekommen. Und in der US-Session habe ich mir dann ganz genau angesehen, was hier passiert und ich habe das auf kleinere Zeiteinheit verfolgt und festgestellt, dass wir zwar hier diese bearish Kerze sehen und hier nochmal so einen kleinen Push nach unten, allerdings nicht das, was ich wirklich sehen wollte. Ich war dann auf 5 Minuten sogar schon unterwegs, habe das hier gesehen, habe gesehen, dass wir hier nochmal nach unten laufen, allerdings, dass die Dynamik immer weit abnimmt und nachdem wir hier doch der gebildet haben, hier wieder nach oben gekommen sind und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir hier, okay, mögliche Ineffizienz, die warte ich mal ab, was darauf passiert. Wir haben hier leicht reagiert, sind nach unten gezogen, haben wieder Dochte nach oben gebildet, wieder Dochte nach oben gebildet und dann diese Kerze hier gebaut. Als wir dieses Level gebrochen hatten, irgendwo in dem Bereich habe ich alles geschlossen, weil ich mir dachte, das ist mir das Risiko nicht mehr wert, ich steige aus diesem Trade aus. Das heißt, bei 756 ungefähr, ich habe es jetzt nicht mehr hier liegen. Das bedeutet aber, ich habe dieses Stück, habe ich mir wieder wegnehmen lassen aus Gier. Mein Gedanke jetzt war, ich möchte das nicht ins Wochenende mitnehmen, riskieren, dass wir per Gap ab reinkommen und ich vielleicht diesen Teil auch noch abgebe, dann nehme ich lieber das Risiko in Kauf, dass wir uns nach unten wegbewegen. War letztendlich dann zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung, weil der Markt, wie wir gesehen haben, ja nochmal nach oben kam und wir wirklich so diesen Retest in diesem Bereich sehen. Ich bin auch froh, dass ich den Trade geschlossen habe, weil ich damit ein schönes Wochenendergebnis gehabt habe und damit auch die Chance, mich hier wieder neu zu platzieren und diese Strecke ja sogar nochmal mitnehmen kann. Möglicherweise kommen wir noch ein Stück höher. Bietet ja immer auch neue Chancen. Zu diesem Trade lässt sich also sagen, wie wichtig mentale Flexibilität ist. Ich war ja komplett long eingestellt für den vorherigen Move, einfach aufgrund meiner Analyse, habe dann aber auf das reagiert, was mir der Markt zeigt und nicht, was ich mir gewünscht habe und habe auch die Chance in der neuen Bewegung erkannt und ich glaube, dass es was ganz, ganz Wichtiges und was mir persönlich dieser Trade sogar beigebracht hat und wofür ich dankbar bin für diese Erfahrung einfach. Genau, das soll es dann soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, dass dir das Video geholfen hat. Wenn ja, lass mir doch gern ein Like da. Wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist, freue ich mich natürlich auch über ein Abo von dir und ansonsten wünsche ich wie immer stabile Trades, pass auf euch auf und pass vor allem auf euer Konto auf. Ciao, ciao!